Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wie ihr seht, es gibt mich auch mal ungeschminkt, ganz real life. Ich sehe nicht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil auch solche Tage gehören dazu. Bevor ich jetzt gleich noch meine Wege erledige, wollte ich gerne noch etwas loswerden, weil es so unfassbar für mich selber ist. Ich habe ja schon ein paar Damen bei mir in der Gruppe, die am Jahresprogramm teilnehmen, was am 10. April startet. Und wir haben ja nun wirklich noch nicht angefangen. Ich habe also noch wirklich, ich habe so einen itzi-bizzi kleinen Tipp weitergegeben und die Mädels, die sind so unglaublich. Und die halten sich wirklich an jedem kleinen Hinweis, den ich gebe und setzen das um. Und da geht es jetzt schon ab wie die Sau. Das ist so geil. Wir haben Leute, die ihre körperlichen Symptome auf einmal durch Zauberhand, ihr wisst, was ich meine, auf einmal weniger sind. Und wir haben Leute dabei, die auf einmal aus ihrer Lethargie aufwachen und bei denen es richtig vorwärts geht, die auf einmal aus so einer Negativspirale das Schöne sehen. Und wow, also irre, wenn du auch willst, dass ich dir beibringe, wie du dich aus dem ganzen Scheiß, wo du vielleicht gerade drinsteckst, Krankheit, Depression, Scheißbeziehung, der Chefmod, die Kollegen sind kacke, es läuft gerade irgendwie nicht. Wenn ich dich daraus begleiten darf und dir zeigen darf, wie du das alleine schaffst, weil den Weg für dich kann ich nicht gehen, aber ich kann dir zeigen, wie man geht, ja dann bist du ganz herzlich eingeladen. Und wenn du noch ein bisschen zögerst und dir sagst, ich weiß nicht, ob das so was mit mir ist, ob die Sophia immer so ist, wie es in ihren Videos hier ist, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem kostenlosen Geschenkeabend am 4. April. Leichtigkeit the easy way. Ich werde dir so viele Geschenke machen und dir so viele Weisheiten mitgeben. Es wird der Oberhammer. Also dann hast du da noch mal die Chance, dich da ein bisschen reinfallen zu lassen in das Feld der Möglichkeiten, weil wir leben in einer Realität, wo alles möglich ist. Du musst nur wissen, wie und das wie, das ist nicht so schwer, wie du dir vorstellst. Das kann ich dir alles zeigen und das ganz schnell und ich freue mich auf dich. Bis plötzlich.